Was stelle ich denn mit dem an? Der hat so keinen Bock mehr dann da. Da geht ihm aber auch. Uff! Und die Games? Ich bringe ermäßig auf die Rolli. Da war ein, oder? Okay, den Dosser, die ich gedacht habe. Oh, Mann! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Der. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, das ist ein Wackern. Oof! Ich werde das jetzt an... Kiefer. Egal, das ist so eine Gap, holy shit. Spawn bin so underrated, Spawn bin so underrated, Spawn kämpft die aber sogar schon. Der hat so keinen Bock mehr danach, der hat so keinen Bock mehr danach. Yeah, Legend synced. How did you hack me? Yeah, I just... Spawned. No, Spawn bin, Spawn bin. So, how do we do business and kill this Pharah? Nice. Nice. With a passive. With four ults, I've been the Pharah two times now. Oh, I'm just so losing. I'm just so losing. Okay. Let's go. Okay. I'll be right back. Oh mein Gott, das kannst du halt wirklich dir nicht ausdenken. Mit was für Gestalten spiele ich hier, mit was für Gestalten spiele ich hier? Unsere DPS sind Fermadet, unser Lucio, ich glaube dreimal mit, während er Beat Ready hat. Ich habe die Farah aus dem Gegner-Team öfters gekillt als meine DPS zusammen. Ah, der Beste hat mich als beinahe gepunished, als gepunished aber gekillt. Ich bin nur so im Piss, dass wir einen Defensor reingeschissen haben und wirklich absolut keine Old Skies haben. Like, der ganze Soul, der ist so bad. Warte, der steht 1827. 27? Junge, was? Sieh, wir reden hier von 27 Toten. Like, das habe ich ja wirklich noch nie gesehen. 27 Tode? Das ist eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. 27 Tode. Das ist eine Hausnummer. 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 Bis zum nächsten Mal.